So Leute, ich möchte jetzt mal ganz kurz was gucken, weil Dan, der alte Rabauke, der will mir einen 3D-Drucker verkaufen. Ich brauche Argumente, die ich Andreas präsentieren kann, weil mir das sehr... Andreas-Error will mir das schon seit Jahren eigentlich ausreden, mir einen 3D-Drucker zu besorgen. Und ich sag's wie es ist, ne? It's about time. Weil ich finde, der passt da drüben so schön hin. Den kann man da so richtig schön draufstellen auf das Rack und dann kann er so sein Ding drucken und machen. Das seh ich. Lasst uns doch mal reingucken, was Dan so schönes gebastelt hat. Ich sehe auch schon einen 3D-Drucker. Ich hoffe, Andreas ist jetzt nicht da. Meine Zündschnur ist gerade sehr lang da, Cam. Glaub mir. Ich habe ein relativt affordable Ender 3 Version 2 für die letzten 3 Jahre oder so. Es hat keine gute Features, wie Auto-Bad-Levelung, aber es funktioniert gut für mich. Für dieses Video, ich habe einen Partner mit Geek Buying, und wir haben einen kleinen Dan-Suzuki-Spezial für den Ender 3 Version 3 SE. Was ein Name. Wenn du den Link in der Beschreibung und den Code NNNDEV3SE hast du das für 169 Euro. Was ist ein 3D-Drucker für 100 Euro? You can just go to geekbuying.com. The code should still work and give you the same price. I got this one from Geek Buying as well. They do have a EU Warehouse, so you don't have to deal with customs or anything. Shipping was relatively quick, took about two or three days. And also assembly of the 3D-Printer is super easy. Basically, it comes... Hey, Dan, das hast du, Alter. Du baust aber auch einfach mal zwischendurch Lenkräder auseinander und dann baust du die auch einfach wieder zusammen. Just for the shits and giggles. Ja, 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 ja. Na klar! It comes in two parts. You have the top part. Here this U-Arm and then the base with the electronics display and the... Ha! Habt ihr das Pflaster gesehen? Dan hat sich wehgetan beim Zusammenbauen. Und jetzt möchte er uns das verkaufen, als wenn das super easy ist. Und hat sich wahrscheinlich einen Riesenriss in den Nagel gezogen. Dan, gib es zu! Gib es zu, wir haben dich ertappt oder auch nicht. Ich weiß es noch nicht. And basically, you just put that U onto the base, fixate it with a few screws, like 10 or so, and then plug in some connectors and that's it. Compared to my old Ender 3 Version 2, this one has some more advanced features. It prints way quicker. But the best thing, I think, is the auto bat leveling. And with this feature, it will basically... You see a little sensor on the head there. It will basically measure the distance to the print bat and then automatically adjust the settings so it will print your object parallel to the bat. And it's just very, very convenient. I mean, the Ender 3 Version 2 didn't have that. I had to manually do that with four screws. Was not a big deal, but this is definitely way more convenient. As you can see, it will now go to every corner and do this leveling thing. And then I've had perfect results with this. I think this is very handy because you basically have nothing to do anymore. You just load the file onto the SD card or transfer it via USB and hit print and that's it. It also has one of those nice magnetic printing bats. So it's very easy to remove the print after it's done. You just pop this thing off, remove the print. I said, yeah, I want to have such a thing. But Andreas said, no, you need time for it. No, you need time for it. And now you sit on the Discord and think so, Boah, lift your feet high and do nothing. That's how it's really tiring. It would be nice to have a new hobby, where you can learn something. Done. Also very easy to clean the bat. And yeah, I think this is a really good deal. I did not have to do any tweaking of parameters or anything. Everything worked pretty much straight out of the box. I have literally not configured anything. I just did the leveling once and then printed. That's it. I mean, there are definitely nicer printers on the market, but for 169 euros, this thing is pretty hard to beat, to be honest, and sufficient for anything that I have printed so far. I think for sim racing, it's insanely useful to create mounts for your sim rig or just 3D print useful peripherals. I do have a few examples here of 3D printing that I want to show you. Number one, Hugo will be very happy about this. Cable management clips. Looks like this. It's a little piece of plastic with a T-nut mount and basically just slots in here. And yes, by the way, I cut my finger pretty badly when I tried to unplug an Ethernet cable from the switch. Don't... Ah, es war doch nicht der 3D-Droger. Gut, wir haben dieses Mysterium geklärt. Dan, du bist fein raus, der Drucker ist noch okay. Don't ask me how I managed to do that. I'm confused myself. But yeah, these things go into the T-nut. Then you turn it. It's locked in place. And then you can use these Velcro straps to cable manage. Super useful. I printed tons of that. My cable management is still kind of messy, but it's much better with this than without it. But I really, really like these small clips. Second example, you see it here behind me. The wheels on the wall. This is all 3D printed. I did not buy tons of QRs and wheel and base sides to mount these wheels. It's all 3D printed like this. For example, this is what is on the wall. And this fits very nicely with the SimLab Xero Play, for example. It's mounted as a slight offset, so the wheels do not fall out. This is how this is done. Another mount that I have is for the SimMagic NRG QR. Very nice. Same principle. This goes on the wall. And then you can just plug in your wheel. And yeah, very, very nice. And I also have the wheel side 3D printed. I mean, don't use this on a SimRig, but for mounting it somewhere. If you don't want to buy a lot of the wheel sides, because you maybe don't use the wheel anymore, you can 3D print those as well. For example, here on my old Usher rim, I just designed the Xero Play wheel side, mounted that. Again, don't use this on the rig, because this is not super, super sturdy for the forces a direct drive puts out. But for mounting it on the wall, it's definitely more than good enough. Also, for example, the Cube GT Pro V2 that you see is mounted with one of those NRG wall mounts. Looks like that. and just has the regular SimMagic wheel side. And if I don't use it, I can just put it back on the wall. As easy as that. Super convenient to do with the 3D printer. Another great example. Oh, Dan, willst du nicht das Ding mal an die Wand schrauben? Alter, das wackelt ja richtig doll. Das fühlt mir persönlich ein bisschen, das fühlt mich, da ist mein innerer Monk. Und nee, also, wenn das so Wiiou, Wiiou, Wiiou macht, da ist bei mir Alarm. An example in the SimRacing context is bezel-free kit extensions. You know, these lenses to hide the bezels are designed for 27-inch screens. They do work fine with 32-inch screens, but you need to extend them to be able to use the mount. Or you can also design your custom mount and 3D print it. I have one of those extensions. Works very well. Puts the lens basically directly on top of the bottom bezels of the monitor and then holds it in place. Super convenient. You can design your own or you can just grab one of the 2000 files that are available on Thingiverse or other resources. In general, there are so many things available for you to download and just 3D print. You don't have to design your own stuff. I mean, it is a lot of fun to design your own things, but if you don't want to learn it, if you don't have the time for it, there are so many resources out there. Dan macht wirklich einen guten Verkäufer dafür. Talking about designing your own stuff, it's also super useful for prototyping. Little spoiler here, who can guess what this could become? I'm not saying too much, but this should be a nice product soon. And also regular household items. I've destroyed one foot of our dryer when I was impatient and put it on the top of the washing machine alone. Was no problem at all. Just printed a new one. Didn't even have to design my own because there was a design available on Thingiverse. Or another example, I installed a power meter on my bike today, but of course I forgot that Shimano Holotech tool that you need to disassemble the crank arm or how it's called. So you get it. Off to Thingiverse. I went, found this file, printed it in 20 minutes. Problem solved. And we will also start a little DIY section on this YouTube channel where we will create some nice products that you can 3D print and also order the electronics. Oh, schön Dan, da freue ich mich drauf. Ready made from jail. Hat Dan sich mehr Zeit genommen für content aktuell? Kann das sein? Ich finde das super toll, weil je mehr Dan, desto besser. The 3D printing is insanely cheap. I mean, these spools of filament, they cost like 15, 20 euros and last pretty much forever. And also the electronics typically cost close to nothing. For example, I made a really high-end pedal electronic and ordered some samples for that and I paid 40 euros for two of those boards. And obviously this becomes significantly cheaper when you're having higher volume, but it is very feasible for DIY projects as well when you have that super low order volume. And maybe we can also organize some group buys on the Discord for designs that people are interested in. I was thinking to start with a very basic RGB lit SimHub compatible button box, but I'm definitely open to suggestions. There's a new DIY section on the Discord. Leave your ideas in there. And the plan is also to make the production files for the PCBs available to YouTube members. Yeah, if you need that, people, you have to ask Haki. Haki has everything in DIY. But I haven't really made up my mind yet how that exactly will work. We'll see. Okay, now to the project that most people are probably interested in. That's all the thumbnail. Modifying pedals. I have two of my all-time favorite pedals here. The VRS DFP pedals and the SimGrade VX Pro. But with more and more pedals coming with haptics, I think they are a little bit lacking on that side. But if you have a 3D printer, that's no problem at all. You can easily design a mount using free software or grab those two designs from the Discord. This is the VRS is already mounted. This is how the one for the SimGrade pedals look like. We'll mount that in a second. Thankfully, these have already been designed by the Discord user Sheep. Thank you very much for this. Printing takes less than an hour on the Ender 3 version 3 SE. And basically all you need for it is one of those SimMagic haptic reactors. Then the P2000 control box plus the power supply should be roughly below 150 euros in total. Or what you can also do is get one of those knob sound amplifiers and one of those 5.5 millimeter barrel jack adapters. And then you can use that. Wow, yeah, da geht's wieder los, meine Damen und Herren. Da bin ich jetzt ja wieder ganz. Oh, das finde ich sehr schön. Wenn wir Geld sparen können, müssen wir das ausprobieren. I recommend to get the SimMagic box because in the end that supports SimMagic for putting out such a great product. And I do think the electronics from SimMagic put out a bit better feedback than the knob sound. But this is also more than good enough. You can get all the SimMagic parts at SimRaceShop. You can use code DAN5 to get 5% discount on that. Or if you're not in Germany or Europe, just Google your nearest SimMagic distributor. And what's so great about this is you can control it via SimHub and it puts out super, super useful effects on your brake pedal like ABS or Tile. Ja, Chad, also auch wenn ich jetzt beim SimRaceShop verpartnert bin und ich das mich freuen würde, wenn ihr über meinen Link einkaufen würdet, ihr wisst Bescheid. Ihr könnt noch 5% sparen und ihr wisst ja mal, wie ich das handhabe. Wenn ihr Geld sparen könnt, bin ich happy. Ich werde das schon irgendwen verklickern. Also ihr habt es gerade gehört. Falls ihr SimMagic Produkte holt, dann DAN5 und so. A-POP! Das ist wahrscheinlich nichts you will need. Aber für jemanden wie mir, above average, aber sehr weit entfernt von den Aliens, es hilft viel mit der Trail Brake. So für den VRS, ihr könntet die File. Es wird in der PedalAssemblage montiert in der PedalAssemblage, wie das. Wenn ihr es in der PedalAssemblage verwendet habt, dann könnt ihr es sehen. Ich werde auch noch die Bilder von den Discord-User, Sheep, dass er aus den Fällen verwendet wurde. So, again, danke so viel zu ihm für den Produkten. They work sehr, sehr gut. Das ist ein perfekt fit für den VRS-Pedals. Und für den SimGrade, wir werden es schnell verwendet. Ich zeige euch, was ihr müsst. Das ist, wie der Haptik-Reaktor sieht, wenn ihr es von SimMagic bekommt. Es kommt auch mit einer kleinen Adapterplatte, wie dieser. Wir brauchen es nicht. Und es kommt auch mit den Screws. Aber in der Grunde, ihr 3D-Print den Adapter, dann montiert ihr ihn auf den Motor. Lass uns das machen. Ihr braucht vier Screws und eine 2.5mm Allen-Key. Ich muss mir gerade mal ordentliche Imbusschlüsse holen, zum Basteln. Wie mit dem Griff. Es soll so sein. Und dann, wenn wir die Pedals schauen, ihr seht, ich habe die Screws hier bereits verwendet, mit Terrible, Non-Counter-Sunk screws. Oder was es heißt. So, grab the proper Screws. Wir brauchen diese Original Screws nur ein bisschen länger. Aber für Demonstration purposes, ich habe einen Phillips-Head-Screw. Oder was es heißt. Wir machen es mit diesem. Es sieht nicht gut aus, aber es wird noch gut. Aber es geht mit den Knuts. Was ihr wollt, ist es, auf der Rückseite des Pedals, da sind zwei Knuts. So, remove diese. Ihr werdet ein Tool. Ich habe natürlich bereits das für den Video gelesen. Dann, das nächste Ding, wir nehmen die Knuts, put sie in den Slot hier, slide sie in. Es sieht so aus. Und dann, eine Sache in der Current Design. Ich denke, die Clearance auf dem Boden ist ein bisschen zu hoch. So, ich werde es einfach mal invertieren. So, all ich mache, ist, ich pute ein bisschen piece of Tape auf hier. Um, es ist bereits Weihnachten, so wir nutzen diese Weihnachten, so dass die kleine Knuts nicht fallen. Dann, du hältst es in place. Und dann, du steckst es einfach. Und du steckst es einfach. Das wird eine Herausforderung zu machen. Auf dem Video, ohne nichts zu sehen. Aber es schlägt in. Denn, willkommen in meiner Welt. Ich schraube auch mal ohne zu gucken. Größtenteils ist immer alles nach Gefühl. Hier, du steckst es von der Front. Und dann, du steckst nicht alle die Spacers, die SimGrade puts auf diesen Pedals. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen wunderschön. Da sind viele kleine Spacers in zwischen dem Pedal Face und dem Bracket auf dem Rear. Okay, ich muss das properly machen. Ich kann es nicht mit diesem Angle machen. Was ich mache, ist, ich mache die Pedal wie dieses. Und dann, du steckst die Spacers. Und dann, du steckst die Spacers. Und dann, du steckst die Knuts. Du kannst, den Allen-Key zu alignen. Okay, jetzt haben wir tatsächlich die Spacers geschafft. Jetzt, du steckst es nicht. Das ist ein haptischer Motor, der ABS, TC oder Motorvibration, alles was du möchtest, was mit Vibrieren zu tun hat, wiedergibt und ins Pedal macht Nordhelmchen. Und die Motoren, die du da gerade siehst, die sind eigentlich für SimMagic Pedale gedacht. Aber die kannst du auch einzeln betreiben. Also es gibt eine Controllerbox von SimMagic, wo du den Motor dann reinstecken kannst. Und jetzt gibt es halt gerade so ein paar Leute in der Community, die sich eine Halterung gebaut haben oder designt haben für verschiedene Pedale. Und das möglich machen, die Motoren an die Pedale zu schrauben. Und sie dann nicht nur mit SimMagic Pedale zu benutzen, sondern mit allen möglichen Pedalen. Put it as low as possible. And now tighten the screws from the front. Again, grab the proper screws. Don't be like me. And the slot will hold the nut in the correct orientation. So we'll not have to use a tool to hold the nut in the back. Just tighten this. And that's it. Now this is a perfect mount. The brake still works very, very well. And you get haptics on your SimGrade Pedals. You can definitely mount it the other way around. Man muss aber dazu sagen, also bevor es diese SimMagic Motoren gab, ist in der Szene, also in der SimRacing Szene sind schon ganz, 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 ganz viele Leute, die auch Körperschallwellen, Lautsprecher und alles mögliche Zeug schon an Pedale gemountet haben. Also das ist jetzt nicht irgendwie was super Neues, sondern hier geht es einfach darum, dass es jetzt einer der schon relativ bekannten Reviewer das mal zeigt. So the design probably will have to change to allow maybe one millimeter or more clearance. It fits like this, but the cable is dangerously close to this rear metal part here. So I don't know if this is a good idea, but like this, it's no problem. Then if you have the P2000 upgrade kit, you just plug it in, configure it in SimHub and be done. If you want to use one of the knob sound amplifiers, you can control those via USB or via AUX. So whatever you want. I think this also has Bluetooth, but the latency with Bluetooth will be a little bit high. Then you can grab one of those 5.5 millimeter DC barrels. This plugs in here and then just either get banana plugs or you just remove a little bit of the isolation and lock it in place on the speaker connector. And that's pretty much it. Connect it via USB, select it in SimHub in the ButtKicker menu and configure it to your liking. So yeah, I guess you get the idea now. A 3D printer is insanely useful for sim racing and also other applications around your house. And again, if you want to grab the Ender 3 V3 SE for 169 euros, my link and discount code is in the description. You get a nice discount and support the channel at the same time. What's not to like about that, right? If you did like the video, hit the thumbs up and subscribe to the channel to not miss any future videos. Also, don't forget to join the Discord community to discuss about upcoming DIY projects we will do together. Thank you very much for watching this video and I hope to see you all in the next one. Bye bye. Tschüss Dan, Dankeschön. Schönes Video, Dan. Schönes Video. Wie mache ich das jetzt Andreas klar? Bagger, ich will doch das gar nicht kaufen. Es geht um einen 3D-Drucker. Mann, da würde ich doch Menschen fragen, die davon Ahnung haben. Ich bin ja schon. Von der womöglichkeit. Wie mache ich das? Die davon sind die davon ausgeschlagen.